Moin und Willkommen zu einem neuen Opening mit mir Sauria in meinem Teamletz für Shiry Ups Channel. Wie ihr das wisst, machen wir im Karten von dem Hashtag Königmannsfanschauer Pokémon eben an der Woche den Boosterpark mit ihr Schocken. Das ist überraschend, wenn wir alles zeigen. Und heute, nach dem französischen Tag aus dem Jahr 2020, wir haben nun den Embre en Brassé und nach deutsch als klammende Finsternis. Hier ist kurz gerade von dem Booster, der kann der Krähen natürlich aus den nächsten vier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020